So. Morgen wird es hier richtig lustig. Hier geht es mal in Weiß auf der Osten. Das wird bestimmt super interessant. Weiß auf der Osten. Da ist dann der heiße Stuhl. Das ist das komplette Theater. Hier gibt es noch schöne Sesseln, wo man sich schön reinlischen kann. Ganz, ganz toll. Und hier an den Bildschirmen sieht man alles.